Formen der Isomerie Willkommen zu einer Auditorfolge zum Thema Isomerie. Wir möchten dir erklären, was Isomere sind und welche Formen unterschieden werden. Wozu ist dies wichtig? Isomere spielen eine wichtige Rolle in vielen Stoffwechselprozessen. Zum Beispiel wird im zweiten Schritt der Glykolyse Glucose-6-Phosphat in sein Isomer-Fructose-6-Phosphat umgewandelt. Das hierfür zuständige Enzym ist eine Isomerase, genauer gesagt die Glucose-6-Phosphat-Isomerase. Diese verschiebt die Bindung des Sauerstoffatoms im Ring vom C1-Atom auf das C2-Atom. Dadurch wird der ursprünglich 6-atomige Ring zu einem 5-atomigen Ring verkleinert. Aus der Pyranose wird also eine Phuranose. Die Isomerisierung ändert jedoch nichts an der Zahl der Atome. Die Summenformel beider Verbindungen lautet C6H11O9P2-. Kurz gesagt, Isomere sind also Verbindungen mit gleicher Summenformel, aber verschiedenen Strukturformeln. Daher erklärt sich auch der Name Isomer, der sich zusammensetzt aus den griechischen Wörtern Isos für gleich und Meros für Teile. Bei Isomeren handelt es sich also um Moleküle, die aus gleichen Atomen aufgebaut sind. In dieser Folge erklären wir dir, welche Formen der Isomerie es gibt. Los geht's! Um dir die Form der Isomerie vorzustellen, wollen wir dir nun den Stammbaum der Isomere Stufe für Stufe aufbauen und schauen, worin sich die Isomerenpaare jeweils unterscheiden. Betrachten wir einmal zwei Moleküle, die wir ganz allgemein A und B nennen wollen, wobei A und B die gleiche Summenformel haben. Die erste Frage ist, ob sich die Molekülstrukturen von A und B unterscheiden. Wenn dem nicht so ist, dann handelt es sich um identische Moleküle, die eventuell nur auf verschiedene Weise aufgeschrieben wurden. Vielleicht kennst du das von der Glucose, die in der Fischer-Projektion ganz anders aussieht als in der Lewis-Darstellung. Letztlich ist es aber die gleiche Verbindung. Haben A und B aber tatsächlich verschiedene Strukturformeln, dann handelt es sich um Isomere. Nun wird im nächsten Schritt geschaut, ob die Reihenfolge, in der die Atome untereinander verknüpft sind, unterschiedlich ist. Ist das der Fall, dann handelt es sich um sogenannte Konstitutionsisomere. Konstitutionsisomere sind zum Beispiel die schon eingangs vorgestellten Glucose-6-Phosphat und Fructose-6-Phosphat. Bei der Glucoseform bindet das O-Atom an das C-1-Atom, bei der Fructoseform an das C-2-Atom. Dieser Unterschied ist chemisch gesehen durchaus relevant, denn obwohl Konstitutionsisomere verwandt sind, können sie ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Nun zurück zu unseren Molekülen A und B. Ist die Reihenfolge der Atome in beiden Molekülen nicht unterschiedlich, dann fallen die Verbindungen in die Gruppe der sogenannten Stereoisomere. Das Stereo in ihrem Namen leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet räumlich. Der Name Stereoisomere weist also darauf hin, dass sich die Verbindungen lediglich im räumlichen Aufbau voneinander unterscheiden, nicht aber in der Reihenfolge, wie die Atome untereinander verknüpft sind. Da es hier mehrere Möglichkeiten gibt, werden die Stereoisomere ihrerseits weiter in verschiedene Gruppen unterteilt. Bei Stereoisomeren wird zunächst geschaut, ob sich A und B durch Drehung um eine Einfachbindung ineinander überführen lassen. Wenn ja, dann handelt es sich um sogenannte Konformationsisomere, oder kurz Konformere. Seltener werden solche Isomere auch Rotamere genannt, mit Blick auf die Drehung bzw. Rotation, die sie ineinander überführt. Hier siehst du die zwei Konformationsisomere des kleinen organischen Moleküls Ethandiol. Die hier gezeigten Formen des Moleküls unterscheiden sich nur in der Drehung um die CC-Bindung. Die Energie, die für eine solche Konformationsänderung nötig ist, ist so gering, dass sich die meisten Konformere schon bei Raumtemperatur ungehindert ineinander umwandeln. Sie liegen deswegen in der Regel gemeinsam vor. Okay, betrachten wir nun die zweite mögliche Form der Stereoisomerie. Handelt es sich bei A und B um Stereoisomere, die sich nicht durch eine Rotation um eine Einfachbindung ineinander überführen lassen, dann bezeichnet man die beiden Verbindungen als Konfigurationsinzip. Bei den Konfigurationsisomeren musst du dich fragen, ob in den beiden Molekülen Stereozentren vorkommen. Mit Stereozentren werden C-Atome bezeichnet an die vier verschiedene Substituenten binden. Dies bedeutet, dass eine besondere Gruppe an Stereoisomeren vorliegt. Schauen wir uns erstmal den Fall an, dass diese Stereozentren nicht vorliegen. Dann gehören die Moleküle zu den sogenannten Cistransisomeren. Eine Cistransisomerie liegt zum Beispiel dann vor, wenn die Moleküle eine Doppelbindung haben und jedes der beiden C-Atome zwei unterschiedliche Bindungspartner besitzt. Hierzu ein Beispiel. Die Butendisäure besteht aus zwei C-Atomen, die mit einer Doppelbindung verknüpft sind. Jedes C-Atom bindet an ein Wasserstoffatom und eine Carboxylgruppe. Bei Doppelbindungen gibt es grundsätzlich keine Drehung um die Achse der Bindung. Daher kann auch von den beiden Seiten einer Doppelbindung gesprochen werden, denen je zwei Bindungspartner fest zugeordnet sind. Sie befinden sich daher in einer unveränderbaren Position. Folglich existieren von einem Molekül wie der Butendisäure zwei verschiedene Formen. Bei der Cis-Form liegen die beiden rot markierten Substituenten zusammen auf der gleichen Seite, bei der Trans-Form liegen sie auf den gegenüberliegenden Seiten der Doppelbindung. Alternativ werden die beiden Formen auch als Z- und E-Isomere bezeichnet, das Z leitet sich ab von zusammen und das E von entgegen. Die sind diese beiden Beispiele vielleicht auch bekannt als Maleinsäure und Fumarsäure. Nun weiter mit der zweiten Untergruppe der Konfigurations-Isomere, nämlich dem Fall, dass in den Molekülen Stereozentren vorhanden sind. Nochmal zur Wiederholung. Stereozentren sind C-Atome, die vier unterschiedliche Bindungspartner haben. Dies führt zu einem besonderen Fall der Isomerie, bei dem einige Moleküle sich wie Bild und Spiegelbild verhalten. Diese Isomere werden als Enantiomere bezeichnet. Auf der anderen Seite gibt es Verbindungen in dieser Gruppe, welche sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten. Diese werden Diastereomere genannt. Dies klingt im ersten Moment sehr kompliziert. Das Verhältnis zwischen Enantiomeren und Diastereomeren lässt sich aber mit Hilfe einer Analogie leicht verstehen. Schau dir einmal deine Hände an. Du kannst die linke Hand nicht so drehen, dass sie mit der rechten Hand deckungsgleich wird. Dies gilt sowohl für die Enantiomere als auch für die Diastereomere. Unterschieden werden diese beiden Formen nun danach, ob sich die Moleküle zusätzlich wie Bild und Spiegelbild zueinander verhalten. Wenn du beide Hände zum Beispiel flach ausstreckst, dann sind sie das genaue Spiegelbild voneinander, wie die Enantiomere. Wenn du eine der beiden Hände allerdings krümmst, dann sind sie nicht mehr spiegelbildlich. Dies ist der Fall bei den Diastereomeren. Falls du mehr über Stereoisomerie erfahren möchtest, gibt es am Ende einen Link zu einer tiefergehenden Folge. Wir wollen nun zum Schluss noch einmal den gesamten Stammbaum der Isomere anschauen. Bei der Identifikation von Isomeren stellt sich zunächst die Frage, ob zwei Moleküle gleiche Summen, aber verschiedene Strukturformen haben. Trifft dies zu, dann wird geschaut, ob die Reihenfolge der Atome in der Struktur unterschiedlich ist. Ist das der Fall, dann handelt es sich um Konstitutionsisomere. Andernfalls gehören sie zur Gruppe der Stereoisomere. In diesem Fall wird geprüft, ob sich zwei Moleküle durch Rotation einer Bindung ineinander überführen lassen. Wenn ja, sind es sogenannte Konformationsisomere, andernfalls Konfigurationsisomere. Bei Konfigurationsisomeren wird dann geschaut, ob es Stereozentren gibt. Moleküle dieser Gruppe ohne Stereozentrum bezeichnet man als Cis-Transisomere. Bei Molekülen mit Stereozentren stellt sich nun die Frage, ob sich die Verbindungen wie Bild und Spiegelbild verhalten. Ist das der Fall, dann handelt es sich um Enantiomere. Wenn nicht, dann liegen Diastereomere vor. Dann P Flynn, und erst mal sabotieren. Das ist mit dem Vor timeline mit Stereozentraten. Stereozentrum should Tube-Healthy jetzt dort Mario, dass ich für den Vor haber in der Karate ist. Po trage ich euch أو werd. Dann 봐及 was Regulatisfakt快 Uhr dein Potik Birgabschern. Para sich den killersch-Blue.